ja einfach zu viel zeit zu melken ja war schon geil ich guck mal eben nach wo ich so okay ich gebe dir oben rechts auf dein desktop auf den ordner draufgelegt ja meint vorne ist schon allerdings das mit v also da müssen wir das kaputt machen also erst mal kommen durch kommt durch kommt durch kommt durch über die polizei autos hier drüber so erst mal hi und willkommen bei outlast trials folge 15 ist jetzt ein bisschen ich habe keine ausdauer wir müssen kurz pause machen und jetzt müssen wir nach rechts rennen wir rennen in das dunkle rhein und ganz nach hinten durch wenn ihr irgendwas an gegenstände findet das war auch was auch wir müssen eigentlich nach links ich bin stark ich bin stark hatte ich kann wieder ich kann wieder der lauf dahinten zu dem klopf zurückzulöpft mal frage ich habe hallo es ist ein antidot im wohnen und ich glaube wir haben das konnte sterben sterben ja der der typ ist bei ihm der typ ist bei ihm er kann jetzt hier nicht raus dann schlimm wir holen sich jetzt aber gleich wieder und stimmt stimmt okay also ich habe bis jetzt so laut ja wir müssten noch ein bisschen warten die ist gerade so bei drei viertel drei vierte das ist glaube ich der letzte level ist deshalb vom anfang an dann oder nicht weiß ach so du meinst dass die fähigkeit sofort ja ja okay jetzt müssen wir jetzt müssen einfach nur zu dem verräter der ein bisschen schieben damit wir zu den generatoren kommen okay heute fähigkeit dauert nicht mehr so lange er hat jemand entdeckt oder einer muss ich hier die spritze nehmen was wo da habe ich habe ich habe ich habe ich weiß was weiß was weiß ich schieb denn ich schieb denn dann geht jetzt gleich das licht aus du bist verletzt ist er noch bei dir ja steht die firma ich kann hier nichts erkennen jetzt werfe seine bombe gemacht oder ja da war ich wieder schauen okay wir müssen ihn holen wir vor. Oh, hinten uns auch einer. Dicken hier Nulu. Komm nicht hin, komm nicht hin. Pass auf, ich hab ihn jetzt... Oh, 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 oh. Können wir hier so ein bisschen schieben? Schiebe weiter. Oh, one hit. Oh shit, ihr... Das eskaliert gerade. Das war der... Der war kein Zeitpunkt. Okay, ich hab ne Psychose. Ah, hier geht's gar nicht weiter, ne? Er kommt immer noch hinter den. Okay. Okay. Okay, wir müssen jetzt irgendwie zu dem Keller. Wir brauchen nur zu dem Keller. Dort ist es doch eigentlich eher Ruhe, ne? Nach rechts. Guck mal, nicht weiter schieben, ne? Nee, wir müssen jetzt hier weiter. Hör auf, wie viel Leben hast du? Okay, komm mal kurz zum... War auf, gleich. Stone, kannst du hier hinkommen? In Stahl? Ja, ich komm jetzt. Okay, dann, warte, lass uns mal hier. Warten, warten wir noch auf Stone, ne? Dann setze ich die Fähigkeit immer ein. Habe ich schon wieder eine Psychose, oder was ist los hier? Eine Antidote hat keiner von euch, ne? Aber jetzt, warte mal, komm mal hier. Oh, oh. Scheiße. Ich glaube, der Typ ist hier, oder? Alle durch, alle durch. Ja, lass los, lass los, lass los, lass los. Okay, ich hab voll die Psychose. Hier sind zwei Leute. Hau ab, hau ab, hau ab. Scheiße, ich hab's die Schose. Ja, die habe ich auch schon die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Nö, ich bin tot. Ich hab Antidot. Bin hier. Du hast Antidot? Ja. Jo, jo, jo. Alles klar, dank dir. Okay. So, wie sieht das jetzt hier aus? Hier vorne ist irgend so ein Typ, der uns stuck machen würde. Ey, was? Wer bollert denn überall? This side is an. Okay, warte mal, hier geht's auch noch weiter. So, ganz tot, irgendwo? Wir sollen. Okay, also die braucht nur Benzin. Wer kommt? Wer kommt? Oh. Schicke Lolo. Oh, mein Nachtsicht ist gleich aus. What? Bleib ruhig, bleib ruhig. Bei mir ist der Korb. Okay. Ich hab jetzt hier, Gott sei Dank, eine Batterie. Scheiße, wie die Nachtsicht ist. Hier sollte doch auch irgendwo Benzin sein. Ich guck mal hier hinten. Ich hab hier, ich hab Benzin hier hinten. Hier. Bau Benzin gewonnen. Okay, ich hab noch ein Antidot. So, ich nehm jetzt Benzin. Hier vorne war ein Generator, ne? Oh, na, ja. Die ist schon, da muss nur Benzin rein. Okay, mach ich, mach ich, mach ich. Und dann anschaut, dann natürlich. Was heißt, da hat einer einen Tod? Das ist hier eine Formel. Ich sterbe. Du stirbst. Okay, ich fülle gerade den einen hier mit Benzin auf. Okay, kann ich die Tür abschließen? Ne, nur öffnen. Alles klar, also ich mach jetzt Schallkreise auf beiden Seiten. Shit. Okay, ich mach mal aus. Hey, ich krieg ein Generator mal. Okay, ich mach mal aus. Ja, okay, komm. So ist voll. Shit, guys. Okay, ich hab jetzt den einen Generator gleich an. Hier liegt der Gas. Wir sind eigentlich erst mal safe hier. Wow, bei mir ist der Kopf. Okay, da hab ich nicht gesehen. Und nur anschmeißen, ne? Braucht ihr noch Benzin? Nein. Hier nicht zumindest. Ich glaub, hier ist aber auch nichts mehr. Was? Was ist da? Was will der von mir? Braucht ihr Heilung? Ich hoffe, du hast mich nicht gesehen. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab jetzt gerade nicht so den Durchblick, ne? Oppogänger. Scheiße. Boah, ich bin auch. Also, ich weiß jetzt nicht, wo jetzt ein Generator ist. Ich auch nicht. Doch, hier vorne ist einer, ne? Hat der jetzt schon Benzin? Die ganz vorne nicht, ne? Oh, shit. Ich glaub, der hat mich gesehen. Nein. Dritten Rex. Shit. Scheiße. Ich nehm jetzt einfach mal mit und... Was ist das von Geräusch hier? Ach, shit. Scheiße, scheiße. Der Generator läuft hier schon, ja? Okay, dann hab ich schon... Jawohl, schön. Mach ich mich schon. Okay, ich fülle jetzt gerade noch einen anderen auf. Könnt ihr Böffer holen? Ich bin da gerade ein Verblutes. Sorry, ach, ich bin da schon. Ach, shit. Oh, bitte, 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 bitte. Ich lass jetzt hier keinen kommen. Hier ist der nächste Generator. Oh, Gott. Komm, schau, schau, Baby. So, ich muss nur noch kurbeln. Oh, shit. Nein. Okay. Kommt ihr, könnt ihr Böffer noch holen? Oh. Ich kann es versuchen. Naja, der Dingsbums holt hin. Der Generator ist am Eingang der Garage. Stahl bist du, dass du das hast, ein Doppelgänger. Ich bin hier. Ich bin neben dir. Komm, komm. Komm, einfach. Okay, du bist da. Ich kann einmal hier meine Fähigkeit einsetzen. Wo seid ihr denn? Ja, warte mal. Ich komme zu dir. Ich habe hier einen Benzinkanister. Ich weiß auch nicht, wohin damit. Warte mal. Wer vor allem holen? Ich gehe direkt dahin. Warte, aber das Stahl hat noch mal kurz stehen. Da mache ich immer Fähigkeit. Ja, komm. Was auch hinter dir? Stand. Der ist schon an. Wie ist das an? Hast du den Generator angemacht, oder? Ich suche den genauso, ja? Ich gehe durch deinen Filter. Ja, ich war ja auch schon gelaufen. Ach, du hast auch Benzin. Pass auf, wir sind die Mine, ne? Boah, ich könnte Batterie vertragen, oder sowas ähnliches, ne? Weißt du, wo der Ding ist, ne, ne? Hier ist ein Generator, der schon an. Ja. Da hinten war, glaube ich, auch nichts. Komm mal zurück. Kannst du hier, hast du deine Fähigkeit noch? Ne. Doch, ich habe meine Fähigkeit wieder. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Bei euch ist er der Kopf, ne? Ja, komm, wir brauchen einen Idol. Boah, ich... Oh, nein. Ey, müssen wir nicht noch vorne den Generator ganz am Anfang? Boah, der Beste, du hast eine ganze Runde gelaufen. Das war ich nie. Kommt ihr her? Kommt ihr her? Okay, wir gehen mal, weil die andere Seite ist. So, ich komme. Pull den jetzt gerade auf? Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Oh, okay. Oh, shit, shit. Oh, shit, shit, Stone, sag doch was. Komm, Beffo. Beffo, komm raus hier. Du wirst es noch da drinnen. Wer, Benzin? Ja. Achso. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen nicht mehr. Wir haben alles schon gemacht, oder? Oh, ja, stimmt, wir haben alles gemacht, das müssen wir nur noch raus. Wir müssen davon noch raus. Der muss nur heilen. Ja, ich habe doch gerade schon, du bist doch schon heil, oder nicht? Komm, komm, komm. Bin ich schon. Ja, guck mal, habe ich schon nebenbei gemacht. Achso, warte. Aber meinst Pappel nicht. Hier ist Koopaktion, komm mal her. Wir müssen nicht aufbrechen. Scheiße. So, wir sind da. Ja, ich hätte noch mal Ahnung, ich wurde gerade weggeschleudert. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Oh. Ruhig durch, durch. Ich bin durch. Ja, sind alle durch. Sind alle durch, ganz loslassen. Oh, nice, nice, nice. So, warte mal. Ja, Fähigkeit habe ich aber erst bei, ist erst bei Hälfte fast überhaupt. Also müssen wir noch kurz, irgendeine Vorrichtung hat von euch keiner, ne? Nee. Ich habe einen Dietrich vielleicht. Dietrich und eine Flasche. Okay, dann sollten wir jetzt ein bisschen warten, bis die Fähigkeit wieder am Start ist. Hab ich mich erschrocken. Macht der jetzt Stress, oder? Nee, jetzt hat der einfach. Niki, fucker. Was? Hey, was ist denn jetzt hier los? Ach, Mann, Mann, Mann. Was auf, der geht jetzt in den Schrank rein, oder? Fähigkeit bei drei Viertel, bei drei Viertel, drei Viertel. Ihr solltet nicht lieber warten. Ja, vor allem, wenn euch das noch eine Spritze mitnehmen. Ja, wir hätten jetzt alles eine Spritze von euch. Ich habe, ich habe eine Spritze. Ich auch. Also haben wir jetzt vier Spritzen, alles klar. Okay, können wir viermal wieder beleben. So, und jetzt sollten wir... Im Brügel weiter schieben, ne? Ja. Ja, ja. Aber hier sind auch keine Gegenstände, Männer. Ja, warte, wir sollten kurz warten. Warte noch, warte noch. Ich gucke mal durch die Dings, durch meine Linse, ob ich irgendwelche Gegenstände hier finde. Ja, mach mal. Fähigkeit ist gleich nämlich einsatzbereit, dann sind wir alle heile. Ach, jetzt sehe ich auch, was du siehst, ne? Echt? Ja. Ich sehe jetzt so weiße Punkte. Warte mal, was ist denn da? Genau. Enemies. Ah, ja, Enemies. Genau, Gegner sehe ich. Gegner. Stimmt. Ey, das ist geil, die Fähigkeit. So, warte, ist bereit. Komm, 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 kommt mal alles zusammen. Ja. So, warte, jetzt. Die Werke hat vor extra Wurst. So, jetzt sind wir auf jeden Fall alle wieder heile. Ich schieb, ne? Schieb, zieh durch, zieh durch. Oh, nee, lass los, lass los, lass los. Er ist nicht auf mich, geil. Ja doch, jetzt, jetzt, jetzt ist er auf dich. Ja? Ja, 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 ja. Au, 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 au. Geh weg, ne? Geh weg. Okay, er ist benebelt, ne? Sieht ihr uns noch? Oh, ja. Äh, ich hab Rauchbombe hingemacht. Ah, von wegen, du IC. Okay, Stahl, hier müssen wir aber aufpassen. Ich weiß nicht, was hier noch rumläuft, ne? Ja, ja, ich bin ja leise. Eventuell können wir natürlich hier Gegenstände finden. Ah, ich hab ne Flasche. Ich hab mal hier auch. Shit, shit. Ich erknack das mal hier. Aufrichtungsfall, allerdings, willst du ihn nehmen? Vorrichtungslader, oder was? Ja, nimm doch mal, ich glaub, wir brauchen viel Heilung. Ja. Ich hab keinen N. Jones, kein Sammler. Mach ich so. Okay, jetzt hier, die Gegend scheint aber jetzt doch einigermaßen friedlich zu sein, ne? Ich hab mal den Schlüssel schon mal. Okay. Ja, der Dicke ist hinter uns, ne? Oh, scheiße, der hat mich gesehen. Aua, Alter. Dieser Mongoles, Alter. Father of the Atomic Age, Deadhead 76. Okay, also sagst du Schlüssel holen, ne? Hast du schon? Ja. Ich hab den Schlüssel, aber ich wurde gerade... Ach so. Ja, wenn wir kurz warten, dann ist meine Fähigkeit gleich wieder fertig, ohne diese Vorrichtungsauflader, ne? Okay, dann warten wir, so. Ja, ja, bevor wir jetzt den Schlüssel rein, äh, hämmern, ne? So. Also jetzt die... Jetzt müssen wir die Schlüssel finden. Also. Der kommt, der kommt, der kommt, der Typ. Komm, lass uns mal hier hinten hingehen. Komm, Scum! So, mal kurz durchatmen, ne? Ja, mal kurz durchatmen. Ah ja, wir können da hinten reingehen, stimmt. Okay. So, bleib mal zusammen. Okay. Okay, jetzt können wir gleich wieder raus. Und dann nur den Schlüssel rein, dann müssen wir den ja weiterschieben, ne? Und dann müssen wir die ganzen, äh, Schlüssel finden. Boah, wir sind alle so blutig, oder? Ja. Bin ich auch so blutig? Ja, voll. Aber der Typ könnte mal weggehen. Geh mit meinen Schlammern zu ran. Ich mach dann auf, ja. Ja, du hast auch, glaub ich, einen Schlüssel, du musst halt machen. Ja, ich kann nicht erkennen, ich glaub, er hat dich, oder? Ja. Okay. Aufschraub gemacht. Wollt. Wollt. Wie ist denn eine Karo? Okay, hier war gerade auch ein Doppelgänger, äh. Einer? Oh, shit. Stern? Ja. Ich hab ein Antidot. Ne, hab ich doch nicht mehr, schade. Ja, du musst nur wegrenzen. Okay. Also, wir wissen nur, Sterne, ne? Ich hab hier Karo. Hab ich jetzt mit? Eine Flasche hab ich eh bei. I'm so fucking lost. Feuer hab ich entdeckt. Nix, aber nix, ne? Brauchen wir nicht. Okay, wir brauchen auch noch Krone. Oh, scheiße, jetzt hab ich auch eine Polizistose. Ah, hier ist ein Antidot. Okay, hier vorne liegt noch einer. Ah. Okay. Scheiße. Geh weg. Kurwa. Bei mir ist einer. Also, denkt man, wir brauchen jetzt bisher Sterne und Krone, ne? Ich hab Stern. Ich kann die Körper hier nicht infizieren wegen diesen. Oh, ja. Ich brauch ein bisschen Batterie, aber Gott sei Dank. Oh, man braucht ja, ja. Krone und Peak und Stern. Aber Stern hast du schon, bevor du sagst, ne? Wir brauchen Peak. Stern hab ich ja. Du musst nochmal drauf gucken, aber gut, ist eigentlich egal. Ich hab Peak. Ich hab Peak. Etab Krone? Oh Gott. Das ist bei mir, mach ruhig. Kommt wieder zurück. Nee, geh weg. Stopp, stopp. Tür zu, Kollege, Tür zu. Hast du? Nee, das war falsch. Das war falsch. Oh, jetzt ist dieser komische Stunttyp hier. Oh, ich bin gleich da und ich bin gleich da und ich bin gleich dauernd. Braucht ihr auch Leben? Nee, ne? Ich hab nur einen verloren. Also, wo geht Kraune? Kraune? Also, ich weiß nicht, wo was reingeht. Das ist, ich mach mal einfach Feuer. Ich weiß, ob das das Richtige ist. Aber ich dachte, wir brauchen Peak. Ich wollte da durch. Ey, Peak war ja falsch. Ach so. Ach, du hast nur eine Krone. Krone, Krone. Nice. Krone haben wir auch? Ja, okay. Ich hab grad immer mehr Probleme. Und ich seh, weil hier hat einer einen Raubbau. Ey, Leute, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Kann ich zumachen? Nein. Ich guck mal, ob ich das dritte finde. Ein Hase. Ich lüsste den Stern. Wo ist das Haus? Genau, eine Hase brauchen wir. Eine Hase? Ja. Wo ist denn jetzt eigentlich der dritte Monitor? Dann kann man ja nochmal drauf gucken. Ja. Wir brauchen nur noch eine Hase, glaube ich. Glauben ist nicht Wissen. Guck mal, wo wir es hin. Ja, das ist nur noch ein Hase. Wir sind schon am Ende. Wie ist ein Hase auf dem Monitor? Das ist ein Hase auf seinem Monitor. Ja, dann musst du den Monitor nur angucken. Du musst lange genug drauf gucken, dass du den Scannen machst. Dann zeigt uns das alles an. Ja, was muss er mir anzeigen? Der Guck auf dem Monitor, dann hast du so ein Lutensymbol. Ich glaube, das ist doch nur so. Ah, okay. Ja, Hase, stimmt. Jetzt glaube ich den. Warte, 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 geht zurück. Ja, das würde mir das W-Zug so angezeigt. Da musst du nicht auf dem Monitor... Ja, er hat mich gesehen. Die Tür hier ist natürlich schön. Ich habe hier zwei Stück auf mich. Habt ihr, habt ihr? Ich habe auch zwei Stück auf... Warum brennt da der Arsch? Oh Gott. Hey. Und wir haben jetzt schon Krone und Sterne. Wir brauchen jetzt noch nur Hase, okay. Ja. Und die Schlüssel habt ihr schon reingemacht? Na, ich habe noch keine Schlüssel reingemacht. Nee, wir brauchen noch die Hase-Schlüssel. Warte, ich habe hier noch eine Leiche. Auge. Auge? Okay, also ich finde momentan kein Buddy mehr. Das gibt es nicht doch, ey. Das gibt es nicht. Scheiße, ey. Von hier kann man ja, ne? Er kommt da unten da. Das macht keinen Sinn. Ja, du bist ein Verwälter. Ach, vorher bist du ja, nee, ist er nicht. Also, okay. Also, da ist einer. Mann, wo ist die letzte Leiche? Da, die Türe, dies zu. Warte, hier ist noch eine Leiche. Hier ist noch was. Mond. Scheiße, das ist Mond. Er muss ja nicht Schlüsselkrone. Eine Schlüsselkrone haben wir ja. Ja, wir brauchen wirklich nur noch den Hasen. Nur noch den. Aber könnte die das nicht, könnte denn die nicht schon mal aufschließen? Ja doch, man kann. Wer hat denn eine Krone aufgesammelt? Kann das nur der mal jenige machen oder? Ich glaube nur der jenige, der es aufgesammelt hat. Du musst aufpassen, dass er mich nicht wie nicht. Ja. Bestimmt, wenn einer in der Nähe war. Ja, ich versuche da hinzukommen. Hier ist aber diese komische Scheiß-Kamera. Der guckt mich schon so komisch an. Ja, ja, nee, nee, nee. Oder? Ja, ja. Hab ihn getreten. Okay, der nimmt zwei Leben weg übrigens, der Typ, ne? Nice, danke. Jetzt sag mal, wir müssen uns erst mal die Türen auf. Vielleicht ist dieser Hase in dem Nebenraum. Ich hab Hase. Du hast Hase? Ich hab Hase. Hast du deinen Dunstkreis noch, ne? Deine Heilung? Ne, auf halb, auf halb, auf halb. Wenn der wegkommt, komme ich wieder zu euch. Also, das ist, äh, der hat mir schon dann mitgegeben. Wenn ich Röntgenblick mache, siehst du ihn auch? Wird dir das helfen jetzt? Wirst du mal zur Vorrichtungsauflager dazu finden, oder was? Ich weiß nicht. Weil jetzt sind wir wieder in ein Endstadion, ne? Mhm. Ich hab hier vorne, ne Rauchbombe hingelegt. Ich hab schon wieder eine fertig. Und da, und da kommt jetzt noch einer. Warte, ich versuche jetzt mal zu euch zu kommen. Ich, ich leg mal hier ne Rauchbombe hin. Scheiße, ich hab's die Schosen. Egal, ich hab's die Schosen. Bei mir. Arie, wir sind schon beim letzten Schlüssel wieder. Ja. Okay, wartet, ich bin gleich da. Die Fähigkeit ist gleich fertig. Ja. Ah, shit. Äh, Leute, das ist überhaupt nicht gut. Äh, ich versuche zu euch zu kommen und dann die Fähigkeit auszulösen. Okay, ich, 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 ich lenke die ab, ich lenke die ab. Ich lenke die ab. Oder ne, der geht nicht auf mich. Boah, einer kann. Boah, Dixon, hauer ab. Beide auf mich. Beide auf mich. Okay, einer. Wow, scheiße. Nee, nicht. Nee, nicht stehen. Nee. Nee, wir müssen weg, wir müssen weg. Weg, Stahl, kannst kommen. Beide weg. Ja. Ja, ich komme, warte. Ich habe leider nicht zu... Ja. Der Gegner kommt wieder. Alter. Der finde ich mich jetzt wahrscheinlich. Ja, der macht mich hellisch. Ich kann nichts machen, Bro. Ich habe, ich habe, ich habe, ich denke es zu mir, ein Bauch. Ein Kreuz. Was ist mit der? Ich bin nicht mein Stand. Ja, so, hau ab. Wir müssen die Zimmer aufmachen. Wer hat den Schlüssel, wer hat den Schlüssel? Ich habe den Schlüssel. Gut, ich mache Sorg. Dann schließt er es mal auf. Okay. Hat er eine Antidote? Nee, leider nicht fein. Der Kopf links. Oh, jetzt müssen wir aber irgendwie weglocken, die Leute, ne? Oh, das ist doof, wenn da hinten noch einer ist. Oh, hier ist noch einer. Hier am Eingang. Mach mal was. Ich, ich mach mal auch. Ich ruzel schon mal. Ich ruzel schon mal. Ich auch. Ich ruzel, ich ruzel. Ich habe alle auf mich hier. Ich habe, Rauchkanate am Eingang. Zack. Ausgelöst. Geil. Oh Gott, will nämlich einen. Lenken, den Polizisten. Ich rufe es, aber. Oh, wenn du mich recht beschleunst. Ich rufe bei mir. Scheiße, der hat mich. Ich bin down. Ey, sie geht jetzt nicht alle down, ne? Wir können wiederbeleben. Wir können wiederbeleben. Nur, ich wurde bis dahin in Timbuktu gejagt. Da hat mich. Er kommt bitte. Er kommt bitte. Ich versuche zu euch zu kommen. Die Fähigkeit ist gleich wieder fertig, ne? Die laufen alle dahin. Die laufen alle dahin. Scheiße. Ich bin down, ich bin down. Ich bin down. So, mit hingerichtet. Nothing. Always nothing. So, Befus ist down. Oh, scheiße. Guck mal, der ist in Stahl. Guck mal, dass immer jeder will. Ja, bei mir ist gerade keiner. Und uns kommt er ja per Spritzen wiederholen. Oh, 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 oh. Brauchst du Leben, Stahl? Ja. Soll ich die versuchen wegzulocken? Ja, versuch mal wegzulocken. Oh, shit. Oh, der Sieg. Ich hab keinen Ausdauer mehr. Hey, der Bulle sieht mich, der Bulle sieht mich. Ja, genau. Du bist ein Verräter, ne? Guck mal, der Stahl der Einzige mit vollem Akku, aller. Ah, shit. Oh, holy shit. Oh, oh, hör mal. Ey, hier sind überall Typen, verdammt. Ja. Oh, Gott, ey. Oh, ja, Gott sei Dank. Boah, kurz war ich zu so lust, wa? Ein Kuschel, die Zug. Stahl. Ey, scheiße, jetzt sind die zwei schon wieder da. Stahl, wo bist du? Ich bin hier hinten. Oh, das sind Tüten drin. Wieso kann ich die nicht nehmen? Machen wir das am besten. Ja, wir sagen, ich... Einer zögern und einer... Oh, da kommt sie, komm. Ich mach die Tür zu. Jetzt, bitte. Aber abhängig. Boah. Ich weiß nicht, wie viele Schläge ich einstecken kann. Vielleicht nur einen. Jo, danke dir. Kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Raus, 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 raus. Scheiße, schon wieder. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ja, der sieht mich jetzt, der sieht mich jetzt. Das glaube ich nicht gut, das ist glaube ich nicht gut. Wer ist das, wer ist das, wer ist das? Der sieht doch nicht. Ich hab auch ein Wohme geliecht. Ja, vielleicht bringt halt was. Dann können wir vielleicht Storm wieder, oder? Da rein. Ich geh brutzeln. Brauchbombele nicht. 82. Was auch, ich hab die Fähigkeit, ich hab die Fähigkeit, ich hab die Fähigkeit. Komm her. Komm, komm, komm. Der Bulle, der Bulle, der Bulle. Oh, komm, komm, mach zu, mach zu, mach zu. Wo müssen wir jetzt hin? Die hier, 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 zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Warum macht er die Tür von der falschen Seite? Ich geh durch. Oh, ist auch. Wow, 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 wo sind wir denn? Komm durch. Wir sind alle da. Okay. Hey, was fang. Aber das sieht wie ein Sackgasse aus, hier, oder? Ah, hier, 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 wir können entriegeln. Hier ist noch so ein fetter. Ey, ich drück jetzt einfach mal drauf, ne? Ja, drück mal drauf. Wir haben noch Betäubung und Immine, oder? Ey, nein, mein Standard hat das Leben benutzt. Wow, 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 ich muss weg, ich muss weg. Es ist da, es ist da, es ist da, es ist da, es ist da. Werfung verblutet? Äh, auch nicht geschafft. Okay, dann lass mal kurz warten und dann holen wir Baff, oder? Äh, der, der tültet mich jetzt, ihr müsst jetzt kommen. Äh, komm, komm. So, dreh den, dreh den. Ich kann den nicht anheben, Alter. Ich darf keine Schlagkasse nehmen. Wir haben, aber, komm. Geh rein, geh rein, geh rein. Renn rein. Doktor! Einfach rein, einfach rein. Oh, Stone, Stone, kannst du nochmal hoch? Komm rein, Stone. Ja, bitte, 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 bitte. Jawohl. Ja. Jawohl. Woli, woli, ey. Was ne Runde, ey. Aber geil. Puh. Warum hab ich ne D? Da muss mir einer mal erklären. Also, für mich ist das ganz plausibel. Ja, du hättest fast gar nichts gehabt, ja? Sei mal froh, dass du überhaupt D hast. Du hättest fast gar nichts gehabt. Ja, wenn wir nicht gekommen wären und dich jetzt gerade da hochgeholt hätten zum Schluss. Also. Ja. Oh, ist aber ganz schön heftig, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Boah, ey. Oh, krass. Wahnsinn, ey. So, Datensammler und Buckelig hab ich irgendwie bekommen. Okay. Level ab. Ich kann wieder was freischalten. Yo, auch Level ab. Huh. Oh, ich bin der Letzte. Oh. Ja, war schön, dass wir das geschafft haben, ey. Ich dachte jetzt gerade erst, das wird wieder im Chaos enden. Also, wird wieder, äh... Vor allem... Langsam Chaos. Ja, das schafft man auch hinter kaum mehr. Und wenn da zwei down sind, ey... Weil da sind ja... Was ich für viele, vier Leute oder so laufen da rum. Ja, das ist auch wirklich schwierig. Ich muss auch nicht sagen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? So, ich will auch mal gucken beim Heilen. Erweiterte Dauer. Verlängert die Dauer des Heilungseffekts. Ja, ich setze da mal Pote rein. Komm. Maybe that'll give you a fighting chance. There we go. Bis later. Wo ist meine Butze? Butze, Butze, Butze. Ach, da oben. So. Ach, diesmal am Ende des Ganges hier. So, was habe ich jetzt bekommen? Irgend so ein rotes Hemd. Und? Was für eine Hose? Ah, nee. Obwohl, die ist ganz cool eigentlich, ne? Aber kostet 1000. Lassen wir erstmal. Ach, die ist auch neu. Okay. So. Ach, jetzt haben wir den Kill the Snitch. Kostet aber auch 10.000 Dollar. Kann ich jetzt als Gimmick in mein Zimmer aufstellen. Da hast du diesen Gitterkäfig plus diesen elektrischen Stuhl. Das ist nice. Ich bin eben gemutet. Ja, ich muss kurz meine Tastatur... Ja, ja, ich mach doch jetzt eh die Folgeende. Ist ja schon 45 Minuten. Aber Kill the Snitch Poster. Geil. Äh. Ja, komm, das muss man ausstellen. Die Frage ist nur, wo? Ja, direkt da, komm. Yeah. Okay, nice. Dann würde ich mal sagen, das war jetzt, glaube ich, Folge 15. Haben wir es doch noch geschafft. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und ich denke mal, ihr alle werdet im T-Bäcke geist... Ach, im T-Bäcke geisten. Im Geiste T-Bäcken. So. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Musik